Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Whitelands. Mit uns vier, mit dem lieben Blacky. Hallo. Dem lieben Lemon Freak. Hallo. Und der lieben Blue Jenny. Halli und hallo, meine lieben Freunde, natürlich mit dem lieben Sir Lance. Hallöchen. Ich würde sagen, jetzt erkunden wir mal wieder ein bisschen, oder? Wir haben eben die ganze Zeit Missionen gemacht. Ist hier irgendwas? No. Zum Einsammeln? Nein. Dann markieren wir den nächsten Ort, der unbekannt ist. Ich glaube, hier vorne war eben irgendwann noch was, oder? Habe ich noch. Habe ich markiert. Da vorne? Ach so, bei B. Ja klar, hier. Guck mal. Ich wollte gerade sagen, also. Vor uns. Aber das ist auch eine Basis. Lila Base. Gut. Wer will runter? Ich Spielscheidung. Ichs oder nichts? Derben ist kacke. Wir haben hier auch wieder eine große Medi. In die Müll, 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 in die Müll. Na, 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 na. Mist. Ähm. Wir können die mich nicht gesehen haben. Ich bin vor denen gelandet. Ich hab nur eine Wache. No, er ist tot. Nur eine Wache? So. Hm. Versuch ich bitte mit Schalldämpfer zu schießen bei der Uni das. So. Soll ich mit dem Helikopter als Verstärkung kommen? Als leise Verstärkung. Okay. Ich will nicht mehr. Ist der Alarm schon aus? Ja. So. Hier oben noch eben. Aber hier muss es doch jetzt eine Waffe oder sowas geben. So. Hier ist noch wieder was. Also ich hab das jetzt noch nicht eingesammelt. Okay. So. Ich komm wirklich mit dem Heli eben rüber. Erledigt. Starte Drohne. Sie hat ein zweites Ziel. Ach man. Kopf einziehen Mädchen. Also ein Dokument hab ich hier. Na. Dotoedat Leute. Da war noch irgendwo einer. Hier. Dann noch ein Fähigkeitenpunkt. Wo auch immer dieser Fähigkeitenpunkt ist. Ähm. Haben wir nur noch wen? Ach doch. Ja. Da kommen jetzt gleich ganz viele. Ja. Am besten sammelt ihr ganz kurz die Fähigkeitspunkte ein. Hab einen. Wir kriegen nämlich gleich ganz ganz viel Spaß. So. Wo ist der denn Jenny? Ganz oben. Okay. Du bist einmal durch das Hauslauf und einmal seitlich oben. Wenn du oben bist nochmal durch eine Treppe. Ja. Ich lande hier im. Wenn ich es irgendwie nicht kriege. Ich nehme hier den Nachschub. Wer hier ist. Wo ist der Helikopter? So. Weil ich würde sagen wir nehmen den Helikopter mit oder? Ja. Warum nicht? Du musst erstmal gucken wo es hier reingeht. Hast du die Kingslayer Akte auch? Welche Kingslayer? Ich meinst einfach ganz normales Dokument. Das ist nur ne Akte. Ja. Das sind Kingslayer Akten sind das. Ich dachte die Kingslayer sind nur die gelben. Ne. Ne. Ich verlaufe mich gerade. Ja. Seitlich hinten. Weiter. Weiter laufen. Einmal drum. Hä? Lauf weit. Nach hinten. Ach da. Ja. Jo. So. So. Nochmal abchicken. Hier ist noch ein Fähigkeitenpunkt wenn wir drüber gehen. Und da ist auch gleich ein Dokument. Kingslayer Dokument. Okay. Da wo ich, also ich bin D. Jo. Okay. Vor allem lohnt es sich wahrscheinlich kaum deswegen zu fliegen. Aber. Und wieder unten. Meinte ich keiner auf dem Dach landen? Naja. Sonst kommen wir nicht mal ne Heli. Wie wärs mit absetzen? Der hat mich schief angeguckt. Ja ich stell dich auch schief an. Trotzdem erschießt du mich nicht. Genau genommen schon. Ähm. Ernst du mal? Danke. Oh Gott das ist auch wieder so oben. So weit oben. Ja genau. Lauf an der Treppe vorbei. Ähm. Der hat mich ja auch schief angeguckt. Ich bin unschuldig. Das ist alles nur Selbstverteidigung. Nein. Herr Richter. Ich habe keinen Mord begangen. Die haben mich alle komisch angeschaut. Ja genau. Und ich dachte wirklich die wollten mich ermorden. Ja. Was denn sonst? Äh. Selbstverteidigung mit Kugel Einsatz. Wir kriegen hier etwas Besuch. Ähm. Schön. Äh ich bin tot. Ich lieg vorm Horst. Juhu. Dann lass uns schnell die Akte nehmen und weg hier. Äh. Am besten diesmal irgendwo ein bisschen weiter weg. Ähm. Danke. Ah da kommt schon wieder der Nächsten. Auch da. Wo ist die Akte? Hinter uns. Ja ein kleines Stück vorwärts. Herr Ritterauts. Down. Komm ich nehm den Heli. Der kann ich über uns ein bisschen Deckung geben. Da wir mittlerweile wieder drei Dinger haben. Da. Alles markiert. Na los. Los. Vielleicht sollten wir mal rasten. Die Vorräte auffüllen. Du meinst einmal? Nein. Du meinst kein Mal. Diese kleinen Alligatoren. Du darfst gerne auch abstürzen. Naja das stimmt nicht. Danke. Das beste Stück ist der Alligatorschwanz. Also der hinten. Aber du musst ihn gut marinieren sonst hast du nur ein Steak das nach Poppe schmeckt. Die Marinade habe ich leider im anderen Rucksack. Ähm. Alles klar Mädchen. Da sind noch ein paar. Sitzt du eigentlich auf dem Geschütz oder so Blacky oder? Nein. Au. Genau. Aber hier kann ich doch auf ein Dach landen. Ha. Hat sogar wirklich funktioniert. Ja und jetzt kommt. Ich könnte mir jetzt rein. Ja wo ist die Akte auch da? Wo kehr Bäume? Ähm. Kommt ihr? Erledigt. Ich bin drin. Oh. Ja dann markiert ihr was. Am besten bisschen weiter weg. Jo. Warte. Dann machen wir mal hier. Habs. Bei D. Jupp. Nebenbei kann ich auch mal Fähigkeit machen. Bisschen weiter weg. Naja. Oder wir machen den Einsatz hier. Gut. Dann halt nicht. Weil das ist wieder ne Basis. Was? Wollen wir nicht den Einsatz lieber machen? Basis. Muss töten. Dann spring ab Mike. Noch nicht. Wer macht's tatsächlich? Komm ich mach's. Sterbende Scheiße. Aber geil. Sterbende Scheiße aber geil. What the fuck. Äh Jenny. Ja. Hast du eigentlich was gemerkt? Nein. Ich hab dich mit nem Helikopter mit den Rotorblättern getroffen. Ich lebe. Ich lebe. Ja. Wenn ihr ein paar markiert kann ich welche töten. Aber ein. Ach. Hört den Alarm vergessen. Hilfe. Ähm. Das zähl der Scheiß fucking allein nicht. Ja. Das ist ne bisschen größere Anlage hier. Äh. Treff ich auch mal? Ne nicht. Ähm. Da ist noch einer. Alarmalage aus. Da ist noch eine. In die andere Richtung oder was? Hä? Das ist keine mehr. Doch. Andere Richtung. Auf andere Uferseite. Oh. Levin, warte ich komm zu dir. Die ist doch kaputt. Nein, eine ganz andere Uferseite. Ich ganz anders. Da wo ich nicht war, Levin, ich bin gleich bei dir. Deck ist näher. Ich hab hier nur gerade Probleme runterzukommen. Soll ich dich liegen lassen? Jetzt ist ein Tier gedurft. Kein Problem, überlebst du schon irgendwie. Aua. Vielleicht ist irgendwo noch ein Alarm, das gefällt mir gar nicht. Ja, auf der ganz anderen Seite, aber da komm ich nicht hin. Treff ich dich auch mal, Scharfschütze? Ah. Jetzt ist er aus. Ja, ich hab ihn getroffen. So, war das einfach nur dieser Fähigkeitenpunkt? Oh. Ahem. Ich weiß noch nicht mal, wie ich da hochkomme. Ahem. Der Fähigkeitenpunkt? Ja, von hier draußen. Lalalalalala. Treppe wo? Treppe rein? Kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Da ist die scheiß Treppe. Da ist die fucking Treppe. Ach du Schande. Was ist los? Ich bin fast ne Kilometer weg. Da ist was großartig. Bist du ganz tot gewesen, oder was? Ja. Ja. Ja, Helikopter ist abgestützt halt. Ja, Prost. Ähm. Ja, jetzt nur die Frage, wie ich hier hochkomme. Ah, Mann. Das ist jetzt wieder so ne blöde Klippe. Ich komm mir nirgends hoch. Ey, das gibt's doch nicht. Warum? Äh. Katz, wirkreiz. Ich komm mir wirklich nirgends hoch. Weil sonst müsste einer von euch gleich mal nen Helikopter oder so klauen und mich mal abholen. Äh, ja, kann man machen. Definitiv. Warte mal. Aua. Äh. Man down, man down. Na gut. Glitschen geht immer gut. Glitschen? Ja, ich hab mich äh... Lämmisch nicht immer auf Karo? Ja, ich hab grad Ding gesammelt. Äh, Munition und Waffe geändert. Mitten im Kriegsgebiet. Robert, ich muss mal den Lauf wechseln. Ja, aber wir haben einfach in Süpera keine Munition, ey. Hinter dir, hinter dir damit. Weißt du, dann musst du erstmal die Frau rankommen, alles töten und dann retten. Mhm. So typisch. Wo ist denn der Punkt hier? Auf der hinteren Seite. Also hinter uns. Ach, hier. Hast du ihn? Ich seh ihn zumindest. Wow. Gelandet. Äh. Achso. Moni. Alter. So. Ist doch auf der Seite noch irgendwas, oder warum tummelt ihr euch da? Ja, nein, nein, nein. Hier waren einfach nur Rebellen oben. Achso. Da ist die Munitionsflüsse. Eingefresser. So. Äh, wir hätten jetzt noch 14 Minuten. Äh, noch eine Minute so rum. Wir haben jetzt insgesamt 14 Minuten, dann haben wir jetzt noch eine Minute. Ja. Ja, da würde ich sagen, wir sammeln uns grad irgendwo. Ja, wir machen einfach jetzt nur eine kurze Folge. Genau. Das geht auch. Oh, shit. Toll. Gut. Dann würde ich sagen, wenn ihr ganz gut geguckt habt, lasst es das Kommentar bei bewerfen. Etcetc. Bis zur nächsten Folge. Tschöschau! Tschöschüss!